Das ist das größte Tierfachgeschäft auf der ganzen Welt. Schau mal, Amy, die haben sogar Äffchen hier. Wie, Äffchen, Papa? Die kann man einfach so kaufen? Ja, Amy, so wie es aussieht, kann man den auch kaufen. Aber, Papa, wir wollen doch kein Äffchen, oder? Der guckt mich ganz komisch an, irgendwie. Ach nein, Amy, ich wollte dir nur ein paar Tiere zeigen. Guck mal, hier ist auch eine Riesenschlange. Okay, Papa, was ist hier los? Ich bin auch kein Fan von den Schlangen. Die sieht auch komisch aus. Amy, die tut hier nichts. Die ist hinter der Scheibe. Guck mal, die schläft sogar. Na gut, Papa, und was gibt es hier? Guck mal, Amy, hier gibt es solche Spinnen. Aber die sieht schon ein bisschen eklig aus und die ist behaart. Was soll das heißen, Papa? Ich bin auch behaart. Ja, Amy, aber du bist halt ein Hund, keine Spinne. Und ich hasse Spinnen irgendwie. Oha, Papa, gibt es hier auch Hunde? Ich glaube, ich höre dein Bellen. Ja, Amy, Hunde gibt es hier auch. Die haben manchmal echt süße Welpen hier. Können wir einen mitnehmen? Dann habe ich jemanden zum Spielen. Oh, nein, 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 Amy. Einen zweiten Welpen gibt es nicht. Na toll, Papa, aber ich muss sagen, trotzdem, dass die echt viele schöne Sachen haben für alle Tiere. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst das Plusverschwinnen für mehr.